Und raus! Erste Trade. Und wir verabschieden uns bei den YouTubern. Wir wünschen allen noch einen erfolgreichen Tag. Wir machen im Live-Training-Raum weiter. Wieder in der Rubrik Fata Morgana. Und jetzt ist die 13er wieder da. Sehr gut. Wir haben das aufgezeichnet. Das passt sehr gut für Tipps und Tricks. Die 13er war blau, dann 27. Und raus! Jetzt wisst ihr, wenn ich rausgehe, fällt der Markt meistens noch mal weiter. So, noch sieben Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Ohlala! Das war der Häftungstraight. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Ich bin gespannt, was die Abo-Trader gemacht haben, ob die jetzt auch schon draußen sind. Und wir sind, meine Damen und Herren, draußen aus dem Trade. Das war kurz und schmerzlos. Und wir werden natürlich noch mal die Box platzieren. Und dann verabschiede mich aber bei allen YouTubern für unser Video-Tagebuch. Das war kurz. Untertitelung des ZDF, 2020